hallo freunde ich habe endlich mal ein paket bekommen von genius und ich glaub es nicht ein riesen paket ja jetzt machen wir das mal auf leute entschuldigung da da so eine kleine sache für ein riesen paket die haben so und zwar habe ich mir ja diesen twist bestellt diesen twist bestellt weil ja mein kaputt ist den ich mal gekauft hatte da gucken wir doch mal nein mit diesem rabatt code zum black friday der ist ein bisschen größer würde ich sagen oh ja ein little bit größer macht nichts so was haben wir denn noch hier drin machen wir doch mal so so was haben wir denn jetzt hier wir haben hier noch ein deckel also wir passen erst mal das gerät aus ah ja es sieht ein bisschen anders aus ok muss ich mal an das muss ich aber das hat aber irgendwas du kannst irgendwie so ok es ist schön großer gummierung unten damit es nicht wegrutscht das hatte der aber auch zu und aber das ist ne du kannst du wirklich zwei dinge einstellen achso ne das muss ich gebrauchsanweisung lesen genau ähm ist groß ja dann haben wir hier noch zu ach so du kannst ja auch damit ähm schläuter 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 und hier da hatten wir da aber auch bei ne so zum schlagen da sagen kannst du auch sahne mitschlagen das finde ich hier schön dass hier so ein teil drin machen kannst dann muss das aber raus dann wird da unten ruf gesetzt also jetzt setzen wir erstmal den korb richtig ruf hier den deckel richtig ruf so rin dann wird hier wieder ruf zu ach guck mal guck mal ist gut dann kannst du deine kräuter aus trocken zum beispiel ja die salatschleuder genau super das gefällt mir und du hast doch einen deckel extra deckel vielleicht um dir zu verschließen ja genau oder oder sind für unten das ist dann um zu verschließen denn wahrscheinlich genau ja können wir ja mal reingucken also noch hier ein spachtel oder was ist das um das raus zu holen was da drin hast cool das ist gut gucken wir doch mal wollen wir mal reingucken ja also du hast bei ein handzug deckel ein messe einsatz ein mix einsatz ein schleudersieb eine abdeckung fürs schleudersieb ach so das ist die abdeckung fürs schleudersieb ja das ist dann wahrscheinlich abdeckung denn da ach ja die für das genau fürs schleudersieb frisch haltedeckel ist der 1000 milliliter passen in den behälteren ein sparte ein rezeptheft ja ist doch gut ähm genau und dann kannst du auch du kannst hier auch einstellen äh auf und zu zu rezeptheft das ist original das ist original ach gut hier haben wir könnt ihr sehen ja mal gucken wie lange ich mit dem den habe ich ja auch den habe ich den habe ich sag ich mal ja hier gucken ja kannst du gucken natürlich ja gut ich habe jetzt bezahlt 27 euro mit versand also inklusive versand das finde ich schon mal gut dass da so viele teile dabei sind ne spartel messer naja mal gucken also ne also was sagst du also ja zumindest von der verarbeitung her scheint da doch ähm ja ich meine äh diese lösung die ich ja natürlich werde ich auch weiterhin noch so äh ne aber er ist schon hier passt viel mehr rein ne ja das ist das ne und das muss ich mir hier noch weil hier ist ja das hat halt mit dem Wasser glaube ich zu tun mit dem Wasser ja wenn du das sauber machst und so weiter ich bin mir jetzt ich habe das jetzt also noch nicht müssen wir mal lesen ne ja so der erste Eindruck ist äh gefällt mir man muss sehen wie es sich entwickelt auf jeden Fall ist das hier schon mal ähm handlicher ne das ja ja wie bei dem naja gut äh ist auch eine ganze Ecke ne naja auch eine ganze Ecke größer ja aber der Griff war ja hier ganz anders ja hier ne also ne schauen wir mal mit Spatel finde ich zum Beispiel auch gut ne da hast du deine Sachen gemacht nimmst du raus und dann hast du hier den Spatel ja Ille freut sich ja Ille freut sich jo nicht gesponsert habe ich mir selbst geholft weil ich habe meinen Rabattcode genutzt ja ihr Lieben und der hat 5,03 Euro raus gemacht ja natürlich 5 Euro haben oder 5 Euro nicht haben ne also oder hast du den Versand hast du dann mehr oder wie hast du gespart naja naja aber haben oder nicht haben ne jo ihr Lieben kleiner Einblick über mein neues Gerät wir sehen uns im nächsten Video wieder und was sagen wir immer wieder gerne tschüss 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 tschüss